Machen wir noch ein Abschiedsvideo, mein Kleiner, hm? Mein Kleiner, hm? Ja. Du magst nicht mehr, gell? Ja, das hat sich erledigt jetzt, mein Kleiner, gell? Das wird nicht mehr lang gehen, gell? Da müssen wir uns was überlegen, mein Kleiner, gell? Ja, fressen hat nichts zu sagen, gell? Dass du nur fressen tust, gell? Kannst du ja nichts mehr machen, gell? Dann lassen wir dich gehen, gell? Mein Kleiner, ja. Dann wollen wir nichts mehr machen, gell? Hm? Ja, gell? Ist vorbei, gell? Drei Jahre schaffen wir jetzt nicht mehr, gell? Aber das macht nichts. Hast es fast geschafft, gell? Dann schauen wir mal, ob morgen oder am Montag, gell? Mein Kleiner, ja. Gerne? Ja, mein Kleiner, gell? Dann schauen wir einfach mal, gell? Ja. Kannst du nur verabschieden von deinen Kumpels, gell? Ja. Hm? Bist du ja ein alter Mann jetzt, gell? Ein steinalter Opi ist man jetzt, gell? Ja. Ja, gell? Ein alter Opa ist man jetzt, gell? Ein ganz steinalter Opa, gell? Mein Kleiner, da ist noch ein bisschen was, gell? Ja, mein Kleiner, gell? Kannst du ja nichts mehr machen, gell? Oh. Das ist jetzt.